Seid gegrüßt auf der LBG Schwarze Pumpe in dem Nostalgie-Projekt. Mit dabei ist Tiger, Matze, Lutz und meine Wenigkeit. Wir haben erstmal ein paar Düngemissionen abzuarbeiten. Sonst stoppt die komplette Map. Wahrscheinlich blockiert dann das ganze Wachstum, bevor die Düngemissionen nicht abgearbeitet sind. Lassen wir aber erstmal die anderen zu Wort kommen. Servus. Also echt mal, Tom, da muss ich jedes Mal so einen riesen Roman erzählen. Tom, hast du schon Dünger reingeschmissen ins Hoflager? Ja, 30.000. Ich bin gerade dabei, die nächste Ladung zu holen. Ich will gerade auswählen. Null Dünger? Ja, das liegt daran, dass es gerade erst noch in der Umpumpphase ist. Ja, das heißt warten. Aber du kannst hier mal so ein ganz kleines... Achso, sonst müsstest du... Du kannst doch rein theoretisch auf fünf laufen lassen. Da könnt ihr natürlich die Zeit ein bisschen vorspulen. Ja, oder ihr holt euch das in der Fabrik oben, im Industriegebiet. Ne, hier in der Fabrik. Und ihr macht in Feld, was ihr oben in der Nähe ist, eine Mission. Mach mal so. Weil von der Sache her, kannst du mal auf fünf laufen lassen. Ja, aber es ist gerade keiner angemeldet. Ich freue jetzt an. Feld 12 abgeschlossen. Feld 12 ist abgeschlossen. Ähm, Achtung, ich gucke, äh, wo sie sind. 12, 12, 12. Ja, dann, äh, Dingerstreuer gleich auf, im Industrie, ja, in der Fabrik aufladen. So, wie weit warst du mit Feld 13 eigentlich? Noch nicht ganz, weil ich hatte nicht immer so viel. Ganz rum. Naja, vielleicht kann Mats das ja noch zu Ende machen mit seiner Füllung. Ja, könnte er auch machen. So, Feld 10 ist auch fertig. Ja, guck mal, hier ist Feld 21, 24, die sind ja alle hier oben in der Nähe. Naja, da sind einige Felder, die da oben sind. Ja. Bist du es fertig machen, Matze? Oder? Ich bin, ich muss auch mal anfangen, äh, ich hab zwar nicht mehr viel drin, nur 18%. Achso, hm, das wird an. Ja, bevor du ein neues Feld anfängst, du es eben gleich erstmal nachgehen. Äh, ne, äh, du, äh, ich kann ja über die Dingscheine rüberdüsen. Und das mal so weit als mal fertig, äh, leer machen. Dann lohnt sich wir jetzt das auftanken. Mhm. Du verstehen? Ja. Du verstehen, du nix aus dem Geländer? Du verstehen, nix aus dem Geländer. Aus dem Geländer ist heute nicht da. Ah, mon ami, wollen du Knabba an meine Baguette? No. Baguette ist zu fleischig. Dann hast du die falsche Füllung gewählt. Mal gucken, wo hat Lutz denn hier aufgehört, dann fang ich hier mal wieder an. Du fährst im Prinzip mir hinterher jetzt gerade, oder? Wiss ich nicht. Ich bin jetzt gerade oben in der Ecke. 19 Prozent. Aber unsere Felder sind auch erstmal durchgedüngt, äh, oder fehlt auch noch Dünger? Ich glaube, die sieben oder so, musste damit noch, glaub ich, noch angesät werden, glaub ich. Nicht, dass wir jetzt erstmal nur ja Missionen machen und vergessen unsere eigenen Felder. Also. Das passt schon. Das passt schon. Das passt schon. Ichbung. jetzt bin ich offen 18 prozent immer zuvor hat ich bin auf 9 prozent gerade runter jetzt mit dem feld kommen noch falls sind es halt noch zu viel ist dann halt diesmal fertig machen wenn wir das übrig haben und darunter fahren weiß ja nicht wie viel prozent wir vom feld die welt schon haben das könnte ja mal einer kurz gucken 85 85 knapp werden für wendet das ist ja noch mal hochkommen oder schmeißt hier die drei ein selber machte man da oben erst mal mit ein matze auf dem feld da kommt ein tiger mir entgegen ach so ihr seid auf der 13 auf dem ganz großen naja wir machen jetzt hier gerade unsere steuer leer drei prozent ich habe noch elf dann kriegst du das so voll wenn da schon 85 prozent waren tja dann reicht das auch um die mission abzuschließen wollen wir ja mal hoffen wäre ja ideal dann doch schnüffelstück ob das zustand ist weiß ich auch nicht ich bin gerade leer geworden auch sieben prozent übrig leute das ist doch echt ich da hätte das hat auch richtig und die was gebracht unterfahren auf tanken und ich glaube die durch 24 oder was geht es weiter oder 27 ich habe jetzt die vier bis auf der 24 ja alle 9 prozent fährd ich schon weil die 23 war ja auch ne ne 23 ist nicht dabei ne ne dann war das jetzt ich dachte eigentlich dass er sagte er wollte auf die 23 gehen das gucke ich mich oder war auch ein hauptseufer gestern so dann durchsagen ist weg hoffen wir mal dass da jetzt schon wieder welche sind das die anderen welche hat zu machen und ich weiß nicht dass er sich dann nur umsitzen muss 80.000 dünger sind in der fabrik da hole ich noch was zurück noch mal eine 30.000 ladung und da kann ich noch eine runde drehen naja du musst du bedenken wir fahren jetzt hin und holen auf jeden fall 20 ab ja dann wenn ich jetzt 30 abholt das sind es 50 und wenn ihr noch mal was abholt dann habe ich aber auf alle fälle erstmal 90.000 liter auf dem hoflach runter gefahren mensch jetzt und es produziert ja noch immer noch was nach ich sag mal so 92.000 kannst du am hof einlagern oder das hat 245.000 die du einlagern kannst so das ist fertig ist da ähm und dann mache ich mich auf die 26 und dann kommen einfach auf die 2 die 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 das die die bevor wir heute denken tue ich schon mal die sachen für den nächsten arbeitsschritt besorgen wir müssen mal gucken was ist das sägewerk allgemein erst mal sagt obwohl das auch noch wie sieht es überhaupt mit den produktionen abfahren aus da werden wir wahrscheinlich wieder millionäre ja eigentlich müssten wir alle paletten eigentlich spawnen lassen alle mal rausschreiben aus dem sehr gerne die mal kurz gucken das wird auf der 26 ich war jetzt 26 27 28 wäre nämlich mir hier die 25 verstehe ich neben passt doch wir könnten natürlich auch mal eine fette rennschaft machen der fälle rennsch ich werde haben wir eigentlich so gesehen wie das ja noch gar nicht gezeigt und meinetwegen das können wir aber auf alle fälle in der nächsten folge bequatschen wie ob die doch auf den alten gaul aufsteigen oder nicht 13 38 bei mir zwei ich gucke oben auf die uhr und das sind 14 gut dann trotzdem ob man doch auf einen alten gaul oder auf ein junges pony aufsteigen das entscheiden wir mal irgendwann demnächst oder spätestens in der nächsten folge mal sehen vielleicht wird es bloß ein steckenpferd jetzt zögert er so lange raus macht ein paar vorschläge ob passend oder unpassend dann danke bis zum nächsten mal tschau